Hallo liebe Freunde hier ist LukiPie Ja ich habe jetzt meinen eigenen Youtube Channel Ihr kennt mich sicher aus dem Fernsehen Eurovision Song Contest Den habe ich gewonnen für Österreich ja Und ich werde Let's Plays machen Da könnt ihr mir zuschauen wie ich Computerspiele spiele Voll geil Und heute beginnen wir mit meinem Let's Play zu Team Turbo der Game Also fangen wir an Das liebe Freunde ist der Startbildschirm Da kann man auf Start klicken oder auf Weiter oder beenden Wenn man nicht mehr weiterspielen will Aber wenn man auf Weiter klickt dann kann man wirklich fortsetzen Und muss nicht immer von vorne anfangen Aber ich fange jetzt einfach mal mit Start an Oh cool das sieht ja aus wie in Österreich Das sieht ja wirklich aus wie Thomas Doch cool ich liebe dieses Spiel jetzt schon Das war ja was auf meinem Computer Lukas Ich arbeite Ich bin Künstler Aber du spielst denn? Scheiß Videospiel Steh jetzt gefälligst auf und komm her Bitte lass mich bitte Lass mich bitte Lass mich bitte Lass mich bitte Lass dieses lästliche Teil von deinem Kopf ab und komm her Ich bin international bekannt aus Frauen Das ist mein Youtube Channel Du musst dir das Spiel anschauen Ich bin international International wo? Unter den Spasten Niemand kennt sich Lass mich arbeiten Ich verdiene Geld damit Ein Haufen Geld Ja die Leute schauen mir zu und ich verdiene Geld Ich weiß nicht Wer bist du Du bist ein Arbeitsloser Du bist arbeitslos Was bin ich? Was ist das für eine Sprache? Du 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 Es gibt Leute die verdienen mit Pornos Geld Trotzdem kriegt nicht jeder Geld Der rumfickt Und du bist nur ein rumficker Kein Pornodarsch Was soll denn das sein bitte? Verpiss dich auf meine Wohnung Nein Ja Ja Bist du mehr davon? Du kommst her Aber wenn ich mein Computer beleidigst dich Du widerliches Dreckskind Ich werde weiterspielen Wenn du mich weiter haust Du ziehst es ja nur noch her Wenn du noch einmal auf Youtube gehst Nein Bitte Ich hab dich doch nie Like, teilt und subscribe meinen Channel Wenn's euch